Ein Kind kann das, was es möchte, und es will nichts anderes, als das, was es kann. Weil wir denken, dass der Wettbewerb so wichtig ist, fangen wir an, unsere Kinder immer früher auf diese Konkurrenzwelt vorzubereiten. Und eigentlich müsste es andersrum sein. Die Verkürzung des Lebens auf die Ökonomie ist eine der schlimmsten Entwicklungen unserer heutigen Zeit.